Was ist die Entscheidung, zu Dentabheim zu gehen? Die Entscheidung, zu Dentabheim zu gehen, ist mir eigentlich relativ leicht gefallen, nachdem ich mir mal ein bisschen die Unterlagen angeschaut habe, mit ein paar Leuten gesprochen habe, die es hier haben machen lassen. Und das waren sehr positive Meinungen. Und somit habe ich gesagt, okay, wenn es schon meine letzten Zähne sein sollen, dann alles alte raus und alles neue rein. Und das hat wunderbar funktioniert. Von der OP, die völlig schmerzfrei war, bis keine Folgeschmerzen. Innerhalb von einer Woche war das Thema im Prinzip erledigt, wo andere ein halbes Jahr brauchen. Das kann ich sehr gut auf den Punkt bringen. Erstens mal die Umgebung. Das hat nichts mit Bulgarien zu tun. Das ist eine westliche, hochtechnisierte Umgebung. Die ganze Belegschaft ist so was von freundlich und nett. Ich habe niemals ein Gefühl gehabt, dass einer negativ eingestellt wäre oder sonst was. Deshalb hat es mir immer gefallen, wieder herzukommen. Man wird freundlich behandelt. Alles in nett zu allem. Und auch wenn es mal ein bisschen härter wurde mit Behandlung oder so weiter, war das überhaupt gar kein Problem. Also ich werde, was auch immer kommt, immer wieder hierher kommen und auch meine Freunde alle hierher schicken. Das ganz sicher. Zumindest sollte jeder die Möglichkeit haben, das Gleiche zu erfahren. Ich rufe Vierbe von Kar CSありがとうございました. Hier haben wir uns der Erin shooken. Ich rufe auch die AufwärterEN für öarliche Bewegung. Das ist wichtig. Ich rufe für Mensch.